Musik Oh, hallo Leute und damit ein herzliches Willkommen mal wieder nach gefühlt drei Monaten zu einem neuen Vlog. So Leute, was macht man, wenn man gerade frisch aufgestanden ist und es Sonntag ist? Richtig, man holt Frühstück. Und das machen wir jetzt. So Leute, die Schlange war gefühlt so lange wie ein Viertel von unserem Weg, die wir zurückgelegt haben. Aber wir sind erfolgreich gewesen und haben uns was geholt. Lecker, lecker. Musik 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 So Leute, da ist ja am Anfang wegen den krassen Windböen, die ihr auch schon gesehen habt, nicht geklappt hat, an den Schram zu gehen oder mit den Windböen nicht so spaßig war da rumzulaufen. Gehen wir jetzt nochmal raus, ich glaube es ist ungefähr 6 und dann schauen wir nochmal nach unserem verschollenen Strandkorb und ob die Windböen nochmal da sind, ich würde sagen, let's go. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.